Mein Job führt mich an viele Orte. Ich schlafe allein, ich esse allein, ich würde gern jemanden kennenlernen, aber das ist schwer, wenn man aus dem Koffer lebt. Mein Name ist Joe. Und damit verdiene ich mein Geld. Was ist der Zweck Ihres Aufenthalts in Bangkok, Mr. Vincent? Urlaub. Meine Klienten haben eins gemeinsam, sie beuten die Menschen aus. Mit dem Elend kann man viel Geld machen, aber wo es Geld gibt, gibt es auch Konkurrenz. Und derjenige, der nicht bezahlt, ist meistens der Gewinner. Bist du sicher, dass er zuverlässig ist? Die Russen schwören auf ihn. Willst du ein bisschen Geld verdienen? 2000 am Tag. Wie ist dein Name? Karl. Kennst du den Caribbean Club? Frag nach einer Tänzerin namens Orm. Gib ihr das. Sie wird ihr ein Paket geben. Wenn du jemanden töten musst. Der Mann in den Koffer. Er tut vielen Mädchen vom Land weh. Er kauft sie von ihren Eltern und verkauft sie weiter. Dann mach es schnell und sauber. Weiß die Polizei, wer Sie sind? Niemand weiß, wer ich bin. Lass niemals ein Gefühl zu. Lass dich nie auf Menschen außerhalb des Jobs ein. Vertrauen gibt es nicht. Was arbeiten Sie? Oh, ich bin Banker. Ein verdammt heißes Geschäft. Dieser Mann bekämpft schlechte Menschen. Er hilft den Armen. Mein Volk liebt ihn. Er ist ein sehr guter Mann. So wie Sie. Wenn dein Handwerk das Töten ist, kann das Retten eines Menschen zu deinem gefährlichsten Auftrag werden. Ja. Wir hatten eine Abmachung. Ein politischer Mordstand nicht im Vertrag. Nicolas Cage. Wenn ich ihre Leute noch einmal sehe, töte ich sie. Da oben ist er. Hat los. Bangkok Dangerous. Das ist ein sehr guter Mann. 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 Vielen Dank.